Meine Damen und Herren, ich habe eben mich zurückerinnert an ein Treffen mit Herrn Lingemann vor, ich glaube, fünf Jahren war das, hier in einer Gastronomie in Hattingen. Er plante damals diese Veranstaltung und er stellte die Frage, ob wir da mithelfen können und was zu tun ist. Ich habe damals nicht geglaubt, dass daraus eine Traditionsveranstaltung unter Leitung von Herrn Lingemann werden könnte, da ich die Funktionsdaten von Herrn Lingemann zu dem Zeitpunkt bereits kannte. All die Jahre, die jetzt zurückliegen, Herr Lingemann, haben Sie mich damit beeindruckt, zu demonstrieren, was mit einem FWV 1 von damals, glaube ich, 18 und heute 13 geht und wie man gegen die Krankheit angehen kann, interdisziplinär und bei Ausschöpfung aller Maßnahmen. Was beeindruckend für mich außerdem ist, ist jedes Mal die Zahl der Teilnehmer, die Sie hier nach Hattingen bringen und ich weiß, dass einige von Ihnen von sehr weit her kommen. Das spricht für die Qualität, für die Information, die Sie mit dieser Veranstaltung vermitteln und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, dann freut mich das besonders. Vielen Dank. Vielen Dank.